Ja, hallo. Schauen Sie sofort die Sendungen ab 779, 780 und 781. Da wird erklärt, wie sich mit einer beispiellosen Lügenhetzschrift Wir 2020 selber unwählbar gemacht hat, also die Zerstörung von Wir 2020. Wir 2020 hat sich selbst zerstört. Deshalb bleibt uns nur noch übrig, die Basis zu wählen und zu hoffen, dass diese 5,0 Prozent erreicht und dann hoffentlich sich öffnet für ein basisdemokratisches Vorgehen, bei dem sie sich auch für alle externen Experten öffnen und damit auch für die Next Scientists for Future als Experten und als Reformimpulsgeber für Volksentscheid-Wahlprogramme. Ja, das heißt also, wie interpretiere ich das eigentlich? Also meine Grundthese ist, wenn solche Maßnahmen sind wie bei Corona, dann gibt es die sachlichen Kritiker, die aber sagen, das ist das Pech der Demokratie, dass wir uns selbstverständlich an die Gesetze halten müssen, die die sich irrende Mehrheit nun mal verfügt sozusagen. Und dann gibt es die ganzen Kriminellen, die sowieso eher das System stürzen wollten schon immer oder eben sowieso sich an die Gesetze nicht halten wollen und kriminelle Mentalitäten haben. Und natürlich drängen diese Kriminellen natürlich zuhauf in die Neuparteien hinein, weil die ja ihr Süppchen, ihr kriminelles Süppchen kochen möchten, egal ob es linkskriminell, rechtskriminell, verfassungsfeindlich ist oder nur generell kriminell ist. Und dadurch hat also sozusagen wir 2020 offensichtlich einfach zu viel Kriminelle, auch in Vorstandspositionen, in Landesverbänden und so weiter. Und daher kommt es dazu, dass man dort gar nichts findet an einer solchen kriminellen Lügenhetschrift, einer, ich habe die Worte, jetzt fallen sie mir nicht mehr ein, aber es gibt da noch so juristische Worte, wie das alles heißt. Also Alternativen zu Verleumdung oder Rufmord und so weiter. Da gibt es üble Nachrede oder Unterstellungen, üble Nachrede. Ja, also schauen Sie sich die Videos an. Leider ist ja bei, in dem Video 780 in der Sendung, sind zwei Drittel ist der Ton ausgefallen, wo ich ganz detailliert alle Lügen also aufgedeckt habe. Dann hatte ich nicht mehr den Nerv, das Ganze nochmal zu wiederholen und habe das dann in 781 nur in der Kurzform gemacht. Aber das muss dann halt auch reichen. Wir dürfen uns ja auch nicht durch solche kriminellen Texte da sozusagen immer vor uns hertreiben lassen und uns zwingen lassen, diese Lügen alle in jeder Einzelheit immer zu widerlegen. Es muss mal reichen, die Aussage, alles, was da gesagt wird, von dem stimmt praktisch immer das Gegenteil. Also die Wahrheit ist praktisch immer das Gegenteil. Das beginnt damit, dass am Anfang so getan wird, als ob private Homepages von privaten Professoren in ihrer Freizeit, wo sie Frau Merkel anbieten, das Land sinnvoll zu reformieren, kostenlos, unentgeltlich und so weiter. Als ob das dann sofort sozusagen, als ob eine private Homepage jetzt neuerdings ein Impressum haben müsste. Also es beginnt schon, schon der erste Sitzsatz ist dann quasi voll von Lügen. Außerdem haben wir ein Impressum, obwohl wir es gar nicht bräuchten, obwohl es gar nicht nötig wäre, weil wir eine private Homepage sind. Also und jetzt arbeite ich einfach das ab, was liegen geblieben ist jetzt die letzten Tage. Denn irgendwie ist es natürlich so, dass diese Kriminellen eigentlich immer das erreichen, dass sie einen von der eigentlichen Arbeit abhalten. Denn unsere eigentliche Arbeit müsste jetzt ja darin bestehen, immer mehr Basis, die Basismitglieder zu überzeugen, dass sie ohne die Reformkompetenz der Next Scientist for Future keine Chance haben. Und die Basis, niemand sagt doch, dass jedes private Wort, das einer unserer Wissenschaftler und Mitglieder jemals irgendwo sagt, dass dafür die Partei jemals Verantwortung übernehmen müsste. Sie braucht doch nur Folgendes zu machen. Sie braucht doch nur in ein Volksentscheid-Wahlprogramm, was ja unsere dringende Empfehlung ist. Ich zeige das mal gerade schnell hier. In ein Volksentscheid-Wahlprogramm, also wo dann immer so viele, mehrere bis zu zehn Wahlalternativen, Wahlvorschläge für einen ersten Volksentscheid nach der Wahl den Wählern zur Auswahl gegeben werden und nicht vorschnell den Wählern praktisch nur noch Einseitigkeit gezeigt wird, sondern immer auch die anderen Seiten gezeigt werden. Also fünf Varianten von Gesundheitsreformkonzepten. Und dabei braucht man doch nur das zu erwähnen, was man in den Volksentscheid reinschreiben will und muss doch nicht jede private Äußerung irgendeines Wissenschaftlers von Next Scientist for Future oder Weltrat sich darauf beziehen. Und bei die Vorschläge sollten sowieso ohne Namensnennung der Vorschlagsentwickler sozusagen stattfinden, sodass dann da auch gar kein Bezug besteht. Und dann sollte man die Experten, wenn man dann zum Beispiel in den großen Talkshows zusammen mit Next Scientist for Future auftritt, dann kann man doch da deutlich machen, dass man die Next Scientist for Future in dieser Talkshow nur als Experten für Gesundheit, zum Beispiel Gesundheitsreformentwicklung mit dabei hat, damit die diese Gesundheitsreformkonzepte besser erklären können, als das Parteimitglieder jemals können können. Und von daher ist es sozusagen letztendlich so, dass niemals eine Partei irgendwie Verantwortung übernehmen muss für das, was privat irgendjemand mal an irgendeinem Stammtisch von Next Scientist for Future oder vom Weltrat geäußert hat. Das interessiert doch gar niemanden, sondern die Experten. Und dann können ja die Partei sagen, wenn dann eine Frage nach irgendwas anderem kommt, kann die Partei sagen, aber bitte haben Sie Verständnis. Wir sind hier der Gast als Partei und unser Experte, der ist nur heute nur zu befragen und anzusprechen auf das, von was er von uns den Auftrag hat, nämlich hier Gesundheitsreformkonzepte zu erläutern. Und alles andere bitte nicht, denn sozusagen das ist ein ganz eng umrissener Auftrag, für diese Talkshow hier mit uns gemeinsam aufzutreten. Und was er privat jemals irgendwo sonst woanders geäußert hat, interessiert hier heute nicht und geht uns auch nichts an, sozusagen. Denn die Frage ist doch im Sinne der FRAG-Partei, Freie Argumente, Kulturpartei, was ist denn schlecht an einem Argument für eine Gesundheitsreform, nur weil jemand auch mal irgendwas, was weiß ich, über eine Einwanderungsgesetzreform gesagt hat oder über ein Konzept Null-Arbeitslosigkeit, Null-Obdachlosigkeit gesagt hat und so weiter. Also das spielt doch alles keine Rolle. Das hat doch alles nichts miteinander zu tun. Ja, wir 2020 hat sich unwillbar gemacht. Ich gehe mal wieder zurück. Also liebe, deswegen liebe Herren und Damen, Sieber, Bhakti, Füllmich, Schiffmann, Köhnlein, Reuter, Rosen, soweit Sie sich noch nicht distanziert haben von Wir2020 EU, tun Sie das jetzt auch, liebe Mitglieder von Wir2020.de. Bitte distanzieren Sie sich jetzt auch von Wir2020 EU. Ich habe einen Herrn Dr. Wölker auch so in Erinnerung, dass er mir so ungefähr sowas gemailt hat, wie so, dass es für ihn nicht in Frage käme, mit einem Herrn Wolfgang Romberg von Wir2020 EU in irgendeiner Weise zu kooperieren. Also da muss es irgendwie, muss sich da unmöglich gemacht haben. Also ich muss auch sagen, aus den Telefonaten mit Herrn und Frau Romberg, da habe ich keinen positiven Eindruck gewinnen können. Also war mir nicht möglich. Also ich kann das nur so vorsichtig formulieren. Ja, und von daher ein Parteimitglied von Wir2020 EU hat mir das in einem Telefonat dann auch gesagt, ja, der Fisch stinkt schon vom Kopf her. Also dass da jetzt Vorstandsvorsitzender und Vorstandsmitglied von Wir2020 EU Bayern sich quasi beteiligt haben an dieser Hetzschrift, an dieser Lügenhetzschrift, das liegt wohl daran, dass eventuell der Kopf, der Fisch schon vom Kopf her stinkt. Da kann ich diesem Mitglied vielleicht gar nicht widersprechen. So, ich lese die liegen gebliebenen Sachen vor. Ja, vielleicht kommt diese diffamierende Hetzschrift auch daher, weil wir beim Sektensüppchen stören. Vielleicht geht das Ganze zurück auf irgendwelche Steiner-Parteifans, die also es nicht mögen, dass wir sozusagen die Naturwissenschaft gerne reinbringen möchten und damit bodenständige linke, vernünftige Politik, die mittig links ist und nicht linksradikal ist. Ja, und ich weiß nicht, diese Steiner-Geschichte, die wird ja manchmal auch als rechts bezeichnet, aber was ich bis jetzt von diesen Steiner-Leuten so in letzter Zeit gehört habe, klingt mir eher linksradikal. Also, deswegen distanziert euch und, ja, wie gesagt, ich hoffe, dass die Partei die Basis das einfach noch schafft, die Prinzipien der FRAG-Partei zu übernehmen, die FRAG-Partei dadurch unnötig zu machen, sodass die FRAG-Partei-Sympathisanten dann auch zur Basis wechseln. Aber, liebe Leute, bei die Basis, ihr müsst viel demokratischer werden. Ihr seid im Moment auf dem Trip nicht in Machtbegrenzung, sondern in Macht einiger weniger. Ja, das müsst ihr ändern, sonst seid ihr irgendwann als Partei kaputt. Ja, so, Erwartungskurve, jetzt sind wir bei der Gesundheitsreform. Ich arbeite einfach nur das ab, was an Nachrichten, Kurznachrichten liegen geblieben ist, in der wissenschaftlichen Tagesschau heute, bei den Tagesthemen und so weiter. Ja, wenn wir im Gesundheits, bei der Gesundheitsreform, eigentlich ist so eine Erwartungskurve was ganz Einfaches, die Gesundheitsaufwanderwartungskurve. Zum Beispiel, wer in den letzten Monaten durchschnittlich 100.000 Euro gekostet hat, die Krankenkasse, da hat man doch schon eine Erwartungskurve. Da ist zu erwarten, dass der in den nächsten Monaten wieder 100.000 kostet. Und dann gibt es eben, werden in den rechnerischen Etat des Hausarztteams werden 100.000 Euro reingestellt. Und das Hausarztteam kann jetzt versuchen, diesen Menschen so gesund zu machen, dass diese 100.000 nicht mehr in Gänze nötig sind. Und die zum Beispiel, wenn da nur noch 60.000 Euro pro Monat gebraucht werden, hat dieses Team dann sich praktisch im Prinzip 40.000 Euro als Berechnungsgrundlage für ihre Honorarausschüttung positiv eingespart. Man wird sicherlich nicht die ganzen 40.000 dann, vielleicht nicht immer die ganzen 40.000 direkt an das Team ausschütten. Aber das wird auf jeden Fall in den Berechnungsschlüssel äußerst positiv eingehen und wird auf jeden Fall die Honorarausschüttung an dieses Praxis sozusagen drastisch erhöhen. Und dadurch eine schöne Belohnung sein für gute gesundheitsförderliche Leistung. Wir nutzen quasi das betriebswirtschaftliche Gewinninteresse dieser Praxis und der Mitarbeiter dieser Praxis, das Teams, zur Erhöhung der gesundheitsförderlichen und krankheitsverhinderlichen Wirkung. Und ja, wir 2020, die Partei der Diffamierer, Fragezeichen. Also gerade gestern oder so vorgestern fuhr gerade so ein Autokorso an mir vorbei und das waren alle die Leute. Da ging es, die Schilder Corona-Ausschuss, Kai Stuth, Creative Caravan, Bittel TV, alles, wo ich also auch in Talkshows, Talksendungen war, alles wunderbar, ja, war ganz lustig zu sehen. Mal sozusagen vor der Haustür sozusagen dem Ganzen nochmal live zu begegnen. Ich war ja da auch öfters auf Demos, aber ich gehe da nicht mehr hin, weil im Wesentlichen ist das Zeitvergeudung, weil alle irgendwie, ich weiß nicht, ob Sie das merken, wenn Sie mal das Internetfernsehen schauen, was macht es bitte schön für einen Sinn, immer wieder zu jammern darüber, dass natürlich die Regierung ihren Stiefel durchzieht und sich da auch durch nichts beirren lässt. Gerade habe ich gesehen, Viviane Fischer hat da irgendwie die, die angeblich die, die, die Pflegeheime angeschrieben wegen der Aufklärung bezüglich der Impfgefahren und so weiter. Ob da die auch die Aufklärungspflicht eingehalten wird und so weiter, Schluck Wasser. Ach übrigens, hier unten rechts, immer grundsätzlich Sendungen immer nur bei dem rundlichen Ding, Sendungen immer grundsätzlich nur mit mindestens 1,5-facher Geschwindigkeit hören, ja, weil so langsam, bloß nicht so langsam hören, Schluck Wasser. Also Viviane Fischer vom Corona-Ausschuss wurde da von einem Mainstream-Medium, also aufs Totalste diffamiert und verrissen und schlecht gemacht. Als ob, was erwarten wir denn sonst? Es gibt nur einen Weg, Konzentration auf die Partei, die Basis und dann dieses Land grundsätzlich verbessern, sodass solche Missstände nicht mehr möglich sind. Und das ist unsere Strategie und alles andere ist Zeitvergeudung. Was nutzt es denn, immer gegen Windmühlen anzurennen sozusagen und sich dann blaue Flecken zu holen und sich dann diffamieren zu lassen von den Großmedien, die natürlich mit aller Gewalt zurückschlagen. Ist wir 2020 EU eine Gefahr für uns alle? Ja, ich würde sagen, ja, weil sie zu viel Verbrecher in ihren Reihen duldet und hat. Und vielleicht stinkt ja der Fisch vom Kopf her, also vielleicht ist da schon eine durch und durch kriminelle Mentalität vorhanden, die vielleicht getrieben ist aus so etwas wie einer paranoiden Grundhaltung. Alle wollen uns Böses und dann empfindet man das gar nicht als Lügenhetzschrift, sondern man denkt auch noch, nee, die anderen sind wirklich alle böse. Ja, sozusagen. Also ich darf das nochmal ganz deutlich sagen. Für mich sind diese 23 Professoren, Doktoren und so weiter, oder sagen wir 22, ich nehme mich mal aus, ja, davon diese 22 Professoren und Doktoren sind das einzige wirklich Gute, was wir noch in der Welt haben. Und verglichen damit ist alles andere schlecht, ja, und auch jede Partei schlecht verglichen damit. Wir haben in der Welt nur eine gute, wahrheitsorientierte, ehrliche Instanz und das ist Weltrat und Next Scientists for Future. Punkt. Schluss. Aus. Ja, also deswegen, alle Stimmen weg von wir 2020 EU zu die Basis. Und auch alle Mitglieder bitte weg, abwandern von wir 2020 zu die Basis. Ich kann nicht oft genug dazu aufrufen. Ja, damit ist die Landtagswahl entschieden. Und alle Stimmen auf wir 2020 hat sich selbst weg vom Fenster gemacht, sozusagen. Basis macht das Rennen, ja. Denn die Basis, bei der Basis gilt nicht die Aussage, dass wir in der Basis, wir haben der Basis nicht, im Gegensatz zu wir 2020 EU haben wir jetzt ein für allemal jegliche Unterstützungsmöglichkeit durch die Reformenkompetenz der Next Scientists for Future endgültig entzogen. Damit hat die wir 2020 keine Chance, kompetente Reformen jemals durchführen zu können und ist damit schon unwählbar für vernünftige Wähler. Und bei der Basis bieten wir weiterhin nach wie vor unsere Unterstützung, unsere vollumfängliche Unterstützung an, bis wenn in der Basis plötzlich auch eine Hetzschrift gegen uns gemacht wird, werden wir das natürlich auch ändern. Ja, wie gesagt, Bibiane Fischer werde ich gleich anrufen, Herrn Dr. Rainer Füll mich anrufen, wegen der Klagevertretung, hoffentlich übernehmen Sie das, ja. Wir klagen dann gegen die Partei Wir 2020 wegen dieser volksverhetzenden Schrift, die ja eine Hetzschrift gegen uns, eine Volksverhetzungs-Schrift gegen uns ja darstellt. Nachdem sich Wir 2020 unwählbar gemacht hat, geht es nur, die Basis zu wählen. Ja, das habe ich ja schon gesagt. Jetzt gibt es doch noch die andere Seite hier. Mal gucken, was wir noch so an Kurznachrichten haben. Ich lese das nochmal vor, weil das so wichtig ist. Wir sind jetzt wieder bei der Frage der Kommunenexperimente der Zukunft, die eventuell von einigen wenigen gewünscht werden, herauskommend aus den Hausarztpraxen, also aus den Praxen heraus, aus den Gesundheitskommunen, Praxen oder Gesundheitspraxiskommunen heraus sozusagen entstehen, dass einige sich dann fragen, wie sollte denn solch eine gute Mehrgenerationenwohngemeinschaft oder Kommune gestaltet sein, patrilinear oder matrilinear ablaufen. So, wie geht man damit um, dass die Kinder, dass natürlich keine Inzucht und kein Inzest geschehen darf. Also müssen ja irgendjemand, muss ja irgendwie seine Sexualität außerhalb der Kommune praktizieren in irgendeiner Weise. Und wie soll das gemacht werden? Das ist die Frage nach der Matri- oder Patrilinearität einer Gemeinschaft sozusagen. So, und jetzt mache ich nochmal deutlich, der Vorteil des urmatriarchalen Kommunismus, Bonobo-Kommunismus, Bonobo-Schenker-Kommunismus ist eben das Patrilineare, weil, ich lese nochmal vor, wenn Vater füttert, statt unfähiger Onkel, können sich gute Gene schneller ausbreiten in der Kommune, da Kind mit guten neuen Genen besser genährt wird und die guten Gene besser ausbreiten kann. Und das ist eventuell ein Vorteil, sodass also die matrilinearen Systeme sowieso auch deswegen aussterben, weil sie einen gewissen Effizienznachteil gegenüber den ur- oder vollmatriarchalen, pazifistischen Bonobo-Schenker-Kommunen haben. Das ist also ein Vorteil für die urmatriarchalen Kommunen und so weiter. Ja, und dann erinnere ich noch einmal dran, schenken, ja bitte, aber nur egoistisch, also sozusagen. Ja, und ich fasse nochmal kurz zusammen, was ich eigentlich sagen wollte bei die Basis, wo ich aber rausgebremst wurde und nur kurz erzählen durfte von der Wohlfühlstimme als Mechanismus zur Lobbyisten-Lobbyismus-Beendigung, ja, von heute auf morgen. Ich mache es mal ganz kurz und dann muss ich telefonieren, Frau Fischer anrufen. Viele kennen mich vom Corona-Ausschuss und von Kai Stuth Creative Caravan. Grundprinzip von uns allen ist ja, auch die andere Seite und die anderen Seiten zu hören. Next Scientists for Future sind die naturwissenschaftliche andere Seite, die Anthropologie im Gegensatz zur Anthroposophie Rudolf Steiners. Wikipedia schreibt was von Professor Richard Dawkins von uns als weltweit wichtigsten Denker. Die Next Scientists for Future sind die Weiterentwickler und geistigen Nachfolger von diesem weltweit wichtigsten Denker. Machtbegrenzung funktioniert durch unsere Demokratisierungskette. Erstens Volksentscheid-Wahlprogramme. Auch die anderen Seiten hören und sie nicht nur hören, sondern sie den Wählern zur Auswahl im ersten Volksentscheid nach der Wahl geben, sodass die Wähler das Sagen bekommen und nicht irgendwelche Parteibonsen oder parteiinternen, wie sagt man, Zensierer, Wegzensierer von irgendwelchen Wahlalternativen. Zweitens Wohlfühlstimme und Verdienstzuschüsse stoppen sofort von heute auf morgen Lobbyismus, Konzernbeeinflussung und zwingen die Politik in den Dienst von Ihnen, liebe Wählerinnen. Vorwahlen-Mini-Volksentscheide machen das Gleiche. Dort werden erstens die Themen für die nächsten Volksentscheide fixiert durch diese repräsentativen Wählerstichproben. Das sind offizielle Wahlvorgänge. Und es werden neue Herausforderer für Ministerpräsidenten, Kanzler und so weiter hochgewählt von der Wählerstichprobe. Und dadurch wird die Politik unter Zugzwang gesetzt, sich zu öffnen für alle Experten und beste Politik für die Bürger zu machen, sonst werden sie ruckzuck abgewählt. Jedes Jahr kann es zu Neuwahlen kommen. Das droht wie ein Damoklesschwert über jeden Politiker dann, so nach dem Motto, du wirst nach einem Jahr abgewählt und durch bessere ersetzt. Und eure Partei wird durch eine neue Partei, die sich hinter einem Gewinner einer Vorwahlen-Mini-Volksentscheid-Serie dahinter stellt sozusagen. Und deswegen kümmere dich sofort um deine Wählerinnen und kümmere dich um die besten Experten, dass du diese nutzt und zum Nutzen für die Wähler einsetzt. Sonst werden diese Experten mit Vorwahlen-Mini-Volksentscheiden dich ersetzen. Und dann bist du dein Job endgültig los. Und zu diesen Vorwahlen-Mini-Volksentscheiden, diese Vorwahlen-Mini-Volksentscheide, gibt es quasi dann auch nach einer Medienkomplettreform in den dann gut gewordenen Medien, auch als Übungsfläche, dreimal täglich Talkshow zum Mitmachen und Mitabstimmen. Also als wäre man, würde man gerade sitzen in einer, in einem Vorwahlen-Mini-Volksentscheid. Und dann der Vorschlag, zu dem uns David Claudio Sieber von die Basis inspiriert hätte. Man könnte durchaus darüber nachdenken, ob man zum Beispiel jede Woche eine simulierte Bundestags-, äh, eine simulierten Volksentscheid finanziert und dadurch immer ganz kurzfristig auch, denn die Volksentscheide sind ja nur alle drei Monate und so weiter, so dass man dann auch jede Woche kurzfristig den Wählerwillen, äh, sozusagen, äh, ja, den Wählerwillen kurzfristig abfragen kann. Ne? Jetzt muss ich gucken hier. Ne, aber ich glaube, das behalte ich mal, dieses Blatt, das war ganz gut. Ja, also jetzt muss ich telefonieren. Tschüssi, bis bald. Jetzt muss ich ja hier irgendwie nur noch ausschalten. Tschüssi, bis bald.